Herzlich Willkommen bei Schneider Electric hier auf dem Euref Campus, mitten im Herzen von Berlin, wo die Energie- und Mobilitätswände zu Hause sind. Mein Name ist Daniel Ruhk, ich bin HR-Veispräsident in der DACH-Region für Schneider Electric. Begleiten Sie mich auf einen kleinen Rundgang über den Euref Campus, wo auf dem ehemaligen historischen Industriegelände des Carsometers Schöneberg seit 2008 ein zukunftsweisender Ort eine Art Reallabor für Wirtschaft, Wissenschaft und Politik entwickelt wurde und heute noch wird. Im Fokus stehen dabei die Nutzung regenerativer Energiequellen wie Solar- und Windenergie, Biomethan, ein lokales Micro-Smart Grid, energieeffiziente Gebäude sowie die Elektromobilität, sodass ein weitgehend CO2-neutrales Stadtquartier entstehen konnte. Mit unseren innovativen Lösungen für Energiemanagement und Automation gestalten wir den Euref Campus zu einem Impulsgeber der Energiewende und das nicht nur in Berlin. So können wir beispielsweise mit intelligentem Lastmanagement die auf dem Gelände regenerativ erzeugte Energie direkt als Ladestrom für die Simo-Base, unsere Ladestation für E-Autos, zur Verfügung stellen. Ebenso für die Gebäudetechnik. Lastströme werden entsprechend der Nutzung gesteuert und Energie höchst effizient eingesetzt. Auch dass wir selbst Teil einer zukunftsorientierten Community auf dem Campus sind, treibt uns an. Besonders der offene Austausch mit benachbarten Unternehmen aus vielen verschiedenen Nationen macht das Arbeiten hier am Standort so attraktiv. Egal ob geschäftlich, beim gemeinsamen Essen, in den tollen gastronomischen Betrieben auf dem Campus oder bei kooperativer Zusammenarbeit mit den vielen Startups. Zu erwähnen ist hier die besondere Partnerschaft zur Euref AG und zur Deutschen Bahn, mit der wir seit fünf Jahren gemeinsam das Startup-Unternehmen Inutogrid, Spezialist für Elektromobilitätslösung, leiten. Auch unsere Kunden kommen gerne persönlich vorbei, denn in unserem Showroom können wir die komplette Energieversorgung von der Erzeugung über E-Ladestellen und Speicher bis zum Verbrauch einzelnen Gebäudeteilen darstellen. Gerne laden wir Sie nach Berlin ein. Erfahren Sie, wie hier schon seit 2014 die Klimaziele von 2050 erreicht werden. Allein mit digitaler Technik, unternehmerischem Willen und einer Community, die etwas wagt und von den Möglichkeiten einer grünen, digitalen Wirtschaft überzeugt ist. Und das in Berlin, einer jungen Stadt, die vor Lebendigkeit, Kultur, Geschichte und Innovationsgeist nur so sprudelt. Historische und aktuelle Städten aus Politik und Gesellschaft eingebettet in einzigartige und ausgefallene Architektur und für viele überraschend sehr viel Natur mitten in der Stadt. Wir freuen uns auf Sie!